Das war eine harte Börsenwoche. Wenn euch interessiert, wie meine Depots abgeschnitten haben und welche spannenden News es trotzdem in dieser Woche gab, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moneyboxer Börse und Wikifolio. Ich zeige euch heute vier News von Unternehmen, die es in dieser Woche gab und am Ende zeige ich euch, wie gewohnt, wie meine Depots abgeschnitten haben bzw. welche Aktien ich gehe oder verkauft habe. Über die Timestamps könnt ihr direkt zu den Aktien springen, falls euch nicht das gesamte Video interessiert. Fangen wir an mit der Unidevice. Die Unidevice ist ein Broker für IT-Geräte, also vor allem von Mobiltelefonen für Unternehmen. Sprich, ein Unternehmen kann für seine Belegschaft iPhones, AirPods oder sonstige Devices kaufen. Das Unternehmen habe ich bereits einmal in einem Video empfohlen, das ich euch oben verlinken werde. Bei der Unidevice, bevor ich auf die News von dieser Woche eingehen werde, muss man eigentlich kurz noch die letzten zwei News davor auch sehen, was nicht unbedingt den besten Eindruck der Kommunikation von dem Unternehmen zeigt. Denn am 9.9. wurde die Gewinnprognose erhöht von 3,84 Millionen auf über 4 Millionen EBIT. Da sieht man schon, es handelt sich hier um ein Small-Cap-Unternehmen aus Deutschland. Das waren also erstmal gute News. Der Kurs lief da schon nicht besonders gut, aber erstmal war man wieder sehr zuversichtlich, dass die Ergebnisprognose erhöht wurde. Dann, kurze Zeit später, genau genommen am 29. Oktober, also sechs Wochen danach, wurde dann bekannt gegeben, dass Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal hinter dem Vorjahreszeitraum liegen. Und dass der Periodenüberschuss bei knapp 2,5 Millionen Euro liegt. Und man hatte ja gerade erst vor wenigen Wochen gesagt, dass das Ergebnis bei über 4 Millionen liegen wird. Das heißt, das letzte Quartal müsste sehr stark werden. Allerdings heißt es in der Pressemitteilung eben auch, dass seit Mitte September sehr starke Lieferprobleme da sind. Und der Vorstandsvorsitzende, Dr. Pahl, ist mehrfach auch im Börsenradio aufgetreten. Ich werde euch dazu auch mal einen Link in die Videobeschreibung packen. Da hat er nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als hätte er hier alles unter Kontrolle. Aber ich glaube, so ist die Situation einfach vor allem gewesen. Denn er konnte selbst nicht einschätzen, welche Lieferungen rechtzeitig ankommen werden. Und es war schon in der Supply Chain insgesamt relativ chaotische Zustände. In dieser Pressemitteilung, wenn man das genau liest, steht aber auch nicht konkret drin, dass man jetzt von einem reduzierten Umsatz- oder Ergebnisbeitrag rechnet, sondern erstmal nur, dass die ersten neun Monate insgesamt jetzt doch schwächer waren wegen dem September. Insgesamt zeigt also auch schon diese Pressemitteilung, dass die Firmenführung selbst nicht genau weiß, mit was zu rechnen. Und dann kam am Freitag die Mitteilung, dass der November dieses Jahr der beste Monat der Firmengeschichte war und sogar noch knapp besser war als der November des vergangenen Jahres, der ja bekanntermaßen durch Corona und Homeoffice ein sehr starker Monat, beziehungsweise insgesamt ein sehr starkes Jahr war. Das hat dazu geführt, dass die Uni-Device tatsächlich eines der wenigen Werte in meinem Depot und Wikifolio war, die sich in der vergangenen Woche positiv entwickelte. Die Performance von dieser Woche ist dann aber doch ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn die Jahresperformance liegt bei ungefähr knapp minus 30%. Das ist natürlich nicht besonders schön. Allerdings muss man dazu sagen, dass es hier auch eine schöne Dividende von 12 Cent gab und diese wurde bereits bestätigt auch fürs kommende Jahr. Und wenn man mal diese 12 Cent auf den aktuellen Kurs rechnet, dann hat man eine Dividendenrendite von gut 7%. Und da man davon ausgehen kann, dass diese Lieferprobleme nun wieder deutlich sich entspannen werden oder anscheinend ja schon entspannt haben, bin ich bei Uni-Device wieder deutlich optimistischer, bin froh, dass ich dabei geblieben bin und bin hier jetzt relativ entspannt, besonders in der aktuellen ja doch eher schwierigen Marktlage. Hat man hier glaube ich nicht allzu viel befürchten und kann sich erstmal dann über die 7% Dividendenrendite freuen und ich gehe davon aus, dass hier der Kurs eigentlich noch deutlich steigen sollte. Das nächste Unternehmen mit interessanten News ist die Wall Street Online. Auch hierzu habe ich bereits mal ein Video gemacht, was ich euch verlinken werde. Die Wall Street Online AG hat sich auch gut entwickelt. Man kennt sie vermutlich über das Forum Wall Street Online oder auch andere Finanzplattformen wie Arriva und Börsen News und Finanznachrichten oder über den Smart Broker. Und genau darum gehen auch die News aus dieser Woche. Denn die Wall Street Online AG hat eine Kapitalerhöhung für die Tochtergesellschaft, die Wall Street Online Capital AG gemacht und dazu gehört der Smart Broker. Es werden weitere 8 Millionen reingeschossen, um das Wachstum des Smart Brokers zu finanzieren bzw. zu beschleunigen. Ich finde es deswegen interessant, weil ich selbst den Smart Broker nutze. Meines Erachtens vor allem für deutsche Aktien der beste Broker, was Preis-Leistung angeht, weil man mehrere Marktplätze und das zu sehr niedrigen Preisen hat. Und ich finde auch die Kombination mit diesen Foren, vor allem Wall Street Online und Arriva ziemlich gut, weil man dann eben interessierte Börsianer direkt zu der jeweiligen Aktie animieren bzw. zu dem Kauf der Aktie verlinken kann. In der Pressemitteilung heißt es auch, dass die 10 Milliarden Schwelle der Assets under Management Anfang des nächsten Jahres geknackt werden sollte. Grundsätzlich bin ich ohnehin bullish für diese Art von Titel, also die Broker-Werte wie Lang & Schwarz, Wall Street Online, Flat Tax und so weiter. Schaut man sich den Kursverlauf der Wall Street Online AG an, ist sie dieses Jahr auch gut gelaufen. 50% Performance im laufenden Jahr. Für mich eines der Basis-Investments, um auf diesen Trend Börsenboom zu setzen, also dass grundsätzlich einfach immer mehr deutsche Kapitalanleger sich für Aktien interessieren. In diesem Zuge würde es mich mal interessieren, ob ihr Interesse an einem Video habt, in dem ich die verschiedenen Broker-Aktien miteinander vergleiche. Also Flat Tax, DeGiro, Lang & Schwarz, Wall Street Online, Sino, Tick Trading und wen es da noch so gibt. Persönlich finde ich das nämlich sehr interessant, diese Branche. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist die Aktie insgesamt diese Woche dann noch relativ gut gelaufen. Sie ist erst angesprungen durch die Mitteilung, hat am Freitag dann aber auch doch wieder etwas korrigiert. Insgesamt hat sie sich aber noch relativ stabil gehalten, dafür, dass die Woche insgesamt ja doch recht rot war. Dann kommen wir zu Razer. Razer hat in dieser Woche tatsächlich sogar eine negative Wochenperformance von minus 8%. Das ist schon sehr erstaunlich, denn es gab diese Woche das lang ersehnte oder vielleicht auch verpönte Übernahmeangebot zu 32 Euro Cent. Das war für die meisten eine ziemliche Enttäuschung. Ich blende auch mal hier das Ergebnis oder den Zwischenstand meiner derzeitigen Umfrage ein. Man sieht, die meisten hätten sich doch deutlich mehr gewünscht. Wie erwähnt, in meinen letzten Videos bin ich dabei, Fragen zu sammeln, noch jemanden zu suchen, der gegebenenfalls hier Frage und Antwort steht. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ich werde aber auf jeden Fall ein Video machen, wo ich auf alle Fragen eingehen werde. Das ist aber dann doch mehr Arbeit als gedacht, weil es eben 62 Seiten sind, die Razer da veröffentlicht hat. Aber ich bin schon dabei, mich da durchzuarbeiten. Also auch hier der Aufruf, wenn ihr noch Fragen habt, lasst mich das gerne wissen und ich versuche die Frage dann mit zu beantworten. Interessant sind diese 32 Euro Cent natürlich in der aktuellen Marktlage, weil viele andere sehr gute Werte abgestraft wurden. Das heißt, vielleicht macht es sogar Sinn, die 32 Euro Cent mitzunehmen, um dann temporär eben in andere Werte umzuschichten. Sollte es dann nicht zum Razer Dealisting kommen, weil nicht genug Aktionäre ihre Aktie abgegeben haben, könnte man immer noch wieder einsteigen. Das ist so ein bisschen mein aktueller Gedankengang zu dem Razer-Vorgang. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Situation hier seht. Und die vierte News kommt von Meier Burger. Auch hierzu habe ich bereits ein Video gemacht, das ich euch oben verlinke. Meier Burger ist der europäische Solarmodul und Solarplay, wovon wir ja nicht so viele haben. Wir haben noch die SMA Solar für Wechselrichter, aber ansonsten sind eigentlich alle relevanten Spieler ja eher aus den USA oder aus China oder die Solar Edge aus Israel. Auf jeden Fall, die Meier Burger hat sich ziemlich gut gehalten die letzten Wochen und ist eher seitwärts gelaufen. Das sieht man auch im Chart. Allerdings hat es dann in dieser Woche auch die Meier Burger getroffen und auch hier gab es entsprechende News dazu, nämlich, dass es einen relativ hohen Krankenstand in dem Werk in Sachsen gibt und man kann natürlich hier stark davon ausgehen, dass dies Corona-bedingt ist. Und deswegen musste man die Kapazität runterfahren und man wird bis Ende Januar niedrige Auslastung des Werkes haben. Das ist natürlich keine gute Nachricht, aber auch kein Beinbruch. Es wird natürlich auch gezeigt, dass der 2021er Umsatz negativ beeinflusst ist. Die Guidance für 2023 bleibt unbeeinträchtigt. Dass man das so explizit schreibt, kann zwar positiv sein, gleichzeitig ist das aber natürlich schon auch ein bisschen eine Warnung für 2022, dass die Verzögerungen hier dann noch ein bisschen anhalten werden. Wichtig auch der letzte Satz, dass die Kapazitätsausweitung bzw. der Start in den USA davon aber nicht beeinträchtigt ist. Kommen wir zur Performance meiner Wikifolios und ich muss schon sagen, das war eine wirklich harte Woche. Beide Wikifolios haben ordentlich Federn gelassen. Das grüne Wikifolio hat gut 4% verloren. Das offensive Wikifolio hat sogar über 5% verloren. Was mich so ein bisschen beruhigt hat, ist, dass zum Beispiel auch eine Verbio verloren hat. Die Verbio, eine meiner großen Positionen im grünen Wikifolio, hat ihre EBITDA-Prognose signifikant erhöht von 150 auf 230 Millionen Euro. Und trotzdem wurde die Aktie ordentlich abverkauft. Das heißt, wir sind einfach in einem Risk-Off-Modus. So ziemlich alles wird gerade liquidiert. Da spielt es auch keine Rolle, wenn die Unternehmen sich gerade positiv entwickeln. Diese Phasen muss man einfach mal hinnehmen. Und das Schöne daran ist, dass durch diese Korrektur dann eben auch wieder ordentlich Potenzial nach oben dasteht. Und in der Regel geht die Fahrt nach unten eben deutlich schneller. Und dann hat man wieder einen etwas längeren Zeitraum vor sich, wo die Aktien dann eben wieder stärker steigen werden. Insgesamt sind jetzt auch die Performances von beiden Wikifolios nicht mehr außergewöhnlich. Wir sind bei knapp 16, einmal knapp 18 Prozent. Das ist zwar noch gut, aber wenn man bedenkt, wo wir dieses Jahr schon mal waren, ist das natürlich jetzt ein bisschen schade. Aber sind auch alles nur Momentaufnahmen. Wichtig ist eben der etwas längerfristige Blick. Trades habe ich diese Woche keine gemacht, weder im offensiven noch im grünen Wikifolio. Aus Transparenzgründen sei noch gesagt, dass ich im privaten Depot mir Razer-Aktien noch zusätzlich gekauft habe. Quasi als kleine Spekulation darauf, dass sich der Kurz dann doch früher oder später den 32 Euro Cent annähern wird. Und in der aktuellen Phase, wo eben alles abverkauft wird, sollte das Risiko bei Razer eben besonders niedrig sein, kurzfristig. Ich wurde kürzlich gefragt, wie mein privates Depot aussieht. Hier aus Transparenzgründen dann einmal der Hinweis, dass ich fast ausschließlich in meine Wikifolios und in die Aktien, die sich auch in meinen Wikifolios befinden, investiert bin. Die einzigen sonstigen Aktien habe ich allerdings auch auf YouTube einmal vorgestellt, nämlich die Lang & Schwarz AG, Wang Fine Art und die Local. Das sind Aktien, die sich über Wikifolio nicht kaufen lassen. Ansonsten könnt ihr über die Wikifolios genau sehen, welche Aktien ich eben auch privat halte. Solltet ihr Fragen zu meinen Wikifolios haben, immer gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und ciao!